Harry sagt guten Morgen. Heute am 27. April 2018. Es ist 8.30 Uhr. Wir haben jetzt im Moment 19 Grad. Keinen Wind. Keine Wellen. Und auch im Moment keine Sonne. Keine Wellen. Keine Wellen. Und wenn Sie auch mal hier leben möchten, mieten, kaufen, gehen Sie einfach auf die Webseite www.check7x24.com und füllen das Suchformular aus. Und schon geht es ab in den Süden. So, und mit diesen Bildern sagen wir dann Tschüss und Asta manana. Und jetzt geht es ab in den Süden. Und jetzt geht es ab in die Küche. Untertitelung des ZDF, 2020